was WTF was machst du Alter keine Ahnung ich hab nur ich raff's grad nicht was ist dein Problem du musst du nur so drei komische leuchtende etwas killen und noch mal angenommen äh jetzt kann ich nicht auf das Ding drücken ein sicher dass sie überhaupt hier hin muss okay dann habe ich keine Ahnung was denn was ist gerade nicht funktioniert um Auto auf der Karte ja da bin ich richtig ach jetzt kann ich darf ich keine Zauber oder was also aus meiner Sicht aus sieht es so episch aus die Stocher ist einfach nur in der Luft rum und dann kommt zwischendurch mal so ein blauer Lichtstreif und das war's dann wieder oh Testerstärke bestanden ich hab's geschafft nach 500 Millionen Jahren gefühlt oh ich hab noch was angenommen ich auch warte ist das besser oder schlechter ist das besser das ist gleich gut wo müssen wir jetzt dafür hin wir nehmen jetzt erstmal auch hier die Quest an nein und dann 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 äh hier äh mäh nehmt den zeremoniellen dolch von brennt bäck ok ja genau steht da ja ich weiß ob ich hab genau was jetzt zu tun ist deswegen nehm ich einfach mal die nächste Quest hier oben an coole coole lösung finde ich gut finde ich echt gut die Quest und dann hier hinten die Quest abgeben was ist das? oh ich bin level up so was geht ich denn nicht schön oh 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 was ist das Talentgitter? oh das ist das Talentgitter was bringt mir das? Kreuzritters Vergeltung überwinden ich nehm das Kreuzritters ok Wut des Fanatikers erhöht eure Gewandtheit nein wenn ihr eine zweihändige Waffe ausgestattet seid verursacht nein erhöht eure Stärke um 3% nein Abwehr nein 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 kann ich nicht einfach hier weiter skillen? bereits erlernen kann kein Talentgitter geben ok nein nein da da dort nein da und dort nein ich hab zwei Talentpunkte ah ok ich will den aber na jetzt darf ich anschauen hm belegt das Ziel mit dem Effekt der Verurteilung versuchen ah das sieht gut aus leer mach mich mit der Babu ok und jetzt? äh ich laufe mal weiter würde ich sagen für du uns meine ich 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 muss es hier kurz mal tschulden lalala 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 ok jetzt gehts wieder rein doch nicht ok vielleicht jetzt nö laba laba haba annehmen annehmen und jetzt Truhe entdeckt aha riesige Spinnense aha stirbspinne da stefan ich verzauber dich mal du verzauberst immer nur mein blödes kleines Vieh ich würde sagen ich nehm ich nehm krieg erstmal alles und dann machen wir für dich oder? können wir auch machen oh er ist grad geblitzt worden er ist zu schnell gefahren deswegen wurde er geblitzt hier liegen noch so komische dinge rum die wir sammeln sollen sammelst du die? jo das ist schwer sammel die gammel die gammel die arsch Aua hier und hier ist auch noch die Nummer 5 oh richtig Nummer 6 da drüben aha was denn? keine Ahnung also die Knochen kriegst du jetzt jetzt brauche ich noch Spinnnetze Das wars eigentlich på tietjau hai Das kann nicht oaki und uu do Was brauch ich jetzt noch? Spinnnenblut brauche ich Spinnenblut das kann nicht passen ein Spinnenblut und das kannst du haben. Das nehme ich. Das nehme ich auch. Ich brauche noch... Ah, ich doch... Ich brauche noch... Doch noch... Spinnenblut. Und Spinnennetze. Heilige Scheiße. Spinnenblut, Spinnenblut. Ich brauche noch... Drei Spinnenblut, okay. Alt... Und drei. Alt und drei. Okay. Das, das, das. Das. Aua, die hat mich angekotzt, Stefan. Ich brauche noch drei Spinnen. Äh... Ach, gibt's schon wieder den Case, okay. Nass ich doch mal gucken. Ich brauche noch gar keine Spinnennetze. Ja, dann hast du sie schon. Nein. Ja doch. Auch zwei. Ja, dann bekommst du sie automatisch. Weil ich sie ja nicht mehr brauche. Ach, brauchst du sie nicht mehr? Ne, ich brauche nur noch Spinnenblut. Ich brauche auch kein Spinnenblut mehr. Alter. Weil jetzt bekommst du alles automatisch. Ja, ich glaube ich habe jetzt alles. Ja. Warte mal kurz. Äh... Es laggt ganz schön. Ich gucke mal, ob ich noch renne. Bis gleich. Ciao. So, we are back in war. So, back to war. Und, äh... Geben jetzt die Quest hier vorne bei dem Typ hier ab. Erstmal annehmen, oder? Nein. Will ich abgeben. Wir haben doch... Wir müssen doch noch was abgeben hier. Wir haben doch gerade die Quest gemacht, oder? Ja, aber wir müssen nicht bei dem abgeben. Bei dem mussten wir jetzt annehmen. Und wo... Wo ist das Heilig Relikt? Da, hier irgendwo. Da, hab ich... So, hier. Ich hab's. Okay. Hast du's auch? Weiß nicht. Hast du's nicht? Nein. Warum? Weil du's hast. Jetzt hab ich's auch. Oh, echt? Ah ja, aber wieso gleich nimmt ich an? Er schützt dich kurz. Ich schob's doch schon. So. Jetzt. Ach, wieder zurück. Oh, ist der weggefetzt. Voll weggefetzt. Mein kleines Viert von die Krallen, alter. E � Mr. Ja. Okay. Ja. Bis zum nächsten Mal.